das war ich genau der wer ist geboren 502 oh mann, ich hab mich voll scheißfett 211 oh nein, vergossen du baby ich mach nicht Fichten-Muppet Fichten-Muppet? Kennst du nicht wo ich Fichten-Muppet? Ne Motorsee Fichten-Muppet Fichten-Muppet Ist Mosi hier auch um Skyrim? Nein, aber der ist so einer von meinen Fans Ich glaub sogar einer aus meinem Squad Achso Und der fehlt an seinem Mann WOAH! Heli! Wo denn? Wo warst du? Aua! Ah! Scheiß Heli da! Lass mich in Ruhe Ach da Nein, da ist noch einer! Oh Mann! Also das hier Wuhuu Wer ist das, den ich gleich messern werde? Ich Ja, dann tipp nicht ich Ich bin tot Blöder Heli ey Nervensäge Was sagt ein Soldat, wenn er mitten im Krieg steht eine Flasche rum sieht und kein Wasser? Nur die Flasche rum Was sagt dann ein Soldat? Sorry, ich bin im Dienst Äh Nein! Alter, wieso haben wir unseren Tank auch noch? Mag ich nicht f... Ah nein! Wer hat mich da gesehen? Wer ist jetzt da ein Panzer? Mann ey! Alter, guck mal, wir haben 2 Level 2, 1 Level 1 bei uns im Team Ja Ach man Das ist 2-gegenische Panzer Ah ne, ein freundlicher Kampf Ernsthaft, mein Inzelt ist scheiße Oh, ich wer für ganze Panzer hin und her geschoben und eingezweckt 1 oder 1! Boah, Alter Boah, ja genau, flieg mal her Vielleicht den denn nur durch Ich fliege doch Jet, komm, Jet, komm Jet stürzt ab Ich stürze nicht An die Nase juckt Ah, toll Das würden wir jetzt alle wissen Du musst alles kommentieren, was ich tue Oh, nein Guck mal, wer zurückgeht Wer ist dein letztes Blick? Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder durch Pech gesto- Alter Ich bin heute, glaube ich Ich bin jetzt in der Runde 5-mal oder 6-mal durch Brech gesto- Ach man, SVD mit einem Schuss Wolli auf dich schieße, ey Man, der Rock, es wäre besser, wenn du einen Pew nehmen könntest Dann könntest du mit einem Fahrzeug Nein, nein, nein Mal wieder reparieren, ey Viper Nein Mann, ey Was soll ich nehmen? Pio Warum? Nee Geh mal mit Pio und Pio nehmen wir nicht mehr Könntest mal reparieren, du Nein, ich hab's überlebt Ich retze schon, mit mir nicht Weißt, dich retzten, du sollst retten Ich komm mir nicht hoch Ich komm mir nicht hoch Hinter Ich komm mir nicht hoch Ui Das war jetzt grad genial Wir haben der Blutekontainer verschüttet Warum war ich schon so ein Schelst und auch nicht Es ist der Cry-Post schon Mann, ey essa winzhaft Ist tot, fumed wir eigentlich lustig Was ist denn rhin까 waited ne Wir waren Пом punishment zuerst bauen seitdem ausgetroffen aber auch einer das erste Erküttel mit mir durchgegangen die BG drei Passagier bei W von uns um mann als er sich am liebsten zu sehen ob der Weiner damals nicht aktiviert Aaketik gekriegt boah die war schön ganz voraus seh ich nix mann wer blockiert mich denn da ey hat n der fernlück ey der Kerl wer sitzt in dem russischen Tank von euch nein ich oder ich erwisch ihn nicht oh cool haben wir noch zurück zurück wo er denn das sind gleich zwei Prozent nebeneinander gibt's ja gar nicht oh mann oh mann wer ist denn das überhaupt von euch das bin ich gewesen mann ich hab irgendwo eine Rakete ergriffen wir haben ca. 30.000 mal auf dich geschossen und du hast dich versteckt also hier blieb nichts anderes übrig ich hör von dir mal hey Dave bei B sind geh mal mal Tabi referier Achtung Chavelin Chavelin ach lol die sollen dir geraten daher Dave aha sag mal Achtung Chavelin äh bäh fahr mal hier weg das ist 2,250er ping natürlich ja der hat mich gesehen hab schon gedacht Aua Rakete das sind welche hinter dir ja verdammt ich häng fest ey das ist doch gut aaa oh blöder ping sag was ist denn mit unserem Internet los mann hab auch ey ich finde da in die Füße ja nein lol ich hab noch nicht mehr Hilfe bei Kille oder das wird da oh what the fuck rock bleib stehen rock den bleib n so Dave fangen wir uns mal B oder wir haben jetzt mal Zeit ja kommt jemand wer will mit mir fliege denn niemand und ich dachte schon j ähm ich glaube da kommt ein Panzer oder so äh the rock ist bei B hey ta hallo ich kann ja nicht mal richtig fahren scheiße super DRAGON GIN alter dieser Namen kann ich nie aussprechen DRAGON GIN DRAGON GIN DRAGON GIN DRAGON GIN DRAGON GIN alter Mann wirklich alter Mann meine ich brauche einen Gana ich brauche einen Gana ich brauche einen Gana wunderbar Gana Gana ist nicht anschluss oh Dave ich habe eine Idee komm mal das war mal bei mir oder bist du äh schon sehr lebendig gerade fuck ey oh schau oh ich setze mal zurück oder vorwärts ich brauche einen DRAGON GIN wo sind die Tanks bei B oder okay haa wie cool das war weder sind steigbar grad oder irgendwas hinter meinem Haus ich sag mal irgend wenn einer von euch tot ist aus meinem Squad bitte bei mir spawnen ich brauche unbedingt einen Gana wenn grad wer Zeit hat dann können wir bei mir spawnen mal einen Panzer und den übernehmen ich kann hier wirklich gar nichts machen mit meinem Internet Echt DRAG Guck mal scheiß hat jemand der mich gerade uah Panzer 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 nein nicht nett nicht nett ging ich hab' den Bogen berührt das ist nicht okay ich sitze nur noch bei�� weh ры-Watern sondern dann wird ich mich gelockt ey oh Mann ich komm' zu dir step kühlschmer Hahahaha auch enemy vehicle destroyed ich sag'ix nennt Schuld dich Loft schuld rot ja verdammt doch mal ey wir aus dem TS hätten jetzt gerade Zeit dass er gannert Alter was ist denn das ey ich könnte ja wo bist denn du? ich nehme die Flugabwehr ja wo bist du? ich bin ähm hier in irgendeinem Panzer bei der Technologie von A ich wollte mir die schnappen Ach Rocktalks liegen mit dabei wer braucht einen Ganner? ich... NEIN! Scheiße Scheiße Alter du wärst schon abgestürzt In-Game Namen bitte dann kann ich... Ich bin grad schon tot Super Internet Ich hab gesehen wie du abgestürzt bist Ja bin hänggeblieben ey Du wolltest doch mich schießen Alter was für Nutzung 30 Sekunden Warte ich hol dich mit dem Helikopter ab wenn ich hinkomme Ich bin schon da sag mal mach... Team Wo willst du jetzt zum abholen? Sag mal den Punkt Wer? Ja wer will jetzt gern anderen helfen? Er ist noch meinem Haus hey hey Frau Mastin gott ok okay wir sind zu heiß also Wiese zwischen A und E A und E bei dem Panzer darf ja, ich记' dich nicht krank mir hier malOR willst' n du? alter, bist es schnell reparieren auf den Heli są 있을 Nein! Was machst du da? TV Achtung auf AA vor uns! Tschüss tschüss! Hey nochmal! Ja das ist geil! Hey jetzt ist er richtig! Hey hör auf! Warte ich weg! Warte, lass mich ihn zu stören bitte! Ich brauche ihn und kill! Abzu! Fällt doch niemand aus hier! Ab ihn! Warte ich lande, kannst du reparieren? Nein! Sag doch, kannst du reparieren? Hinter uns ist ein Panzer! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Boah der Körper katapultiert's kurz weg! Das ist die Scheiße! Nein! Ich nehme jetzt einen eigenen! Ja ich auch! Da fahren wir zusammen! Der Rock spawn bei mir im Heli oder irgendwer anderer, wer Lust hat! Warte auf mich! Geh einfach runter, ich bin da! Hey Dave, ich hab schon einen! Du? Markier mal die ganzen Panzer für mich! Danke! Schieß halt! Okay, Tank bei B! Auf zu B! Ich hab ja gerade unseren Panzer bei B! Da ist ein Fahrzeug! Autsch! Autsch! Schieß drauf! Ich hab den Fahrzeug! Ab ihn! Autsch! Ich hab den Fahrzeug! Ich hab doch gesagt, ich hab den Fahrzeug! Ich hab doch gesagt, ich hab den Fahrzeug! Ich hab den Fahrzeug drauf schießt! So heißt die... AAH! Scheiße! AAH! 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 Na so hoch! Na so hoch! Na so hoch! AAH! Wo ist der Panzer jetzt hin? Wieso fahrt er weg? Tja! Dummer! Da beim Panzer! Beim Turm! Beim Turm! Hab ihn! Nice! So! Wo können wir jetzt noch hin? Äh ja A wieder! Da ist immer noch einer! Da unten! Ich nehm A ein! Gebt mir Deckung! NEIN! Alter! Da immer noch einer! Da vorne an der Straße! Hat sich einer ausgeschossen! WTF! Boah scheiße! Ich hatte am Anfang 8, 7! AAH! Ist da! Kannst du doch reparieren! Zur Base! Zur Base! Zur Base! Unsere Base! Kannst du doch reparieren! Nein! Aber der repariert automatisch! Verdammt! Ich muss vergessen, dass ich ACM drin habe! Die muss ich vorher zünden! Äh! Warum? Scheiße! Warum? Raus! Geht's denn aus? NEIN! Wenn jetzt das scheiß Container weg wäre! Hätte ich reparieren können! Die haben wir nicht aufgestürzt! Naja! Ich bin wieder am Pech gestorben! Scheiße! Hallo! Hallo! Ich gehe mal aus dem Skype raus! Ciao! Ja! Mach das! Bis dann! Ich fliege wieder Heli! Wer ist in deinem Heli drin? Los! Los! Verdammt! Ist du fliegen! Nein! Du! Bleib entstehend du! Da ist noch einer jetzt rein! Mach das ballig! 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 Wenn ich wegfliegen würde, bin krass da! Was machst du? Da wollte ich einsteigen! Da wollte ich einsteigen! Du Arsch! Du Arsch! B! Nase hoch! Nase hoch! Wow! Ich bin ein bisschen zu weit geflogen! Aber mein Chat ist wunderschön gelandet! Das mit dem Panzer zu stören! Du Arsch! Umdrehen! Umdrehen! Boah! Tim! Mein Chat steht einfach hier! Er schießt doch jemand auf meinen Chat drauf! Mich gar nicht schnell! Ja! Gibt das ganze Interesse, ey! Mein Gott! Dave fliegt jetzt! Kann jetzt schon mal nix werden! Oh! Das ist ein Panzer! Er schieß da drauf! Er kälte uns! Er kälte uns! Nein! Wenn wir nicht früher kälten! Ciao! Jetzt haben wir ab, weil da ist ja... Da ist noch einer! Oh! Oh! Hinter uns! Die Lache war so richtig Dreck! Umdrehen! Nase hoch! Noch weiter! Richtung der Base! Kommt eine Rakete! Hey! Wer ist denn der Weifer? Ah! Da ist er! Versucht raus! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss neben! Er hat nicht funktioniert! Ja! Weil dann... Ich wollte eigentlich landen, aber... Dass mein Helikopter über den kleinen Laternenmast hängen bleibt, ist wieder geil! Ja! Ich bin auch gegen so'n scheiß Laternenmast geflogen! Nein! Das war nicht mehr so'n Laternenmast, wie sie immer sind, das war so'n Holzmast mehr! Ja! 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 Ich bin auch gegen das Ja. Ja! chilling geschah aus! Vielen Dank.